Willkommen bei Perl TV. Küche und Haushalt, das war eben die Überschrift, die Sie gesehen haben und damit werden wir uns auch beschäftigen. Eigentlich primär mit dem Thema Haushalt oder beziehungsweise Küchensachen im Haushalt sich verteilen. Sie ahnen schon, worum es geht. Der kleine Freund hier, der vor mir steht, das ist unser erstes Produkt. Und wenn Sie denken, gut, was Rotes, was Gutes, was Formschönes, dann schalte ich doch gerne ein. Nein, da kann ich Ihnen sagen, da haben wir zwei Sachen von. Auf der anderen Seite steht nämlich rot, formschön, kompakt und wie immer leistungsstark. Meine zauberhafte Kollegin, die Frau Kosch. Und mit der würde ich Ihnen jetzt ganz gerne unseren tollen Staubsauger vorstellen. 2200 Watt hat das gute Stück. Und da sagen Sie jetzt zurecht, Watt, so viel, ja, so viel. Denn wir haben hier mal einiges vorbereitet. Die Frau Kosch und ich haben mal richtig wilde Sau gespielt und haben das getan, was für jede Hausfrau das Schlimmste ist. Nämlich, wenn Sie da mal raufgucken, liebe Zuschauer, Konfetti. Das war der Wunsch von Frau Kosch. Styropor haben wir uns einfach mal aus der Verpackungsabteilung geholt. Das war der Philipp. Den kennen Sie schon, meistens nur vom Hörensagen. Aber der hat hier mal richtig losgelegt. Und dann haben wir noch unseren, wir hatten Regisseur Herrn Schell gefragt, was möchten Sie denn auf dem Teppich verteilen? Und der hat dann Salz verteilt. So, das muss natürlich alles weg. Und damit werden wir Ihnen gleich zeigen, wie unglaublich stark dieser Staubsauger ist. Nein, wir machen das so, wie es meistens ja auch in den richtig guten Beziehungen ist. Du musst nicht arbeiten. Ich gehe für dich arbeiten. Oh, das ist aber auch schön. Aber mit diesem Staubsauger macht Staubsaugen richtig viel Spaß. Weil der hat ja richtig viel Leistung. 2200 Watt. Das heißt, einmal drüber gehen und schon ist der Staub entfernt. Und Konfetti ist richtig hartnäckig, weil wir haben ja so einen langflorigen Teppich. Und damit saugt sich dieses Konfetti oder das hakt sich richtig ein, ne? Vor allem das Schöne ist, gucken Sie mal, der Saugrohrverlängerer ist natürlich auch eingebaut. Das heißt, hier ist wirklich dran gedacht worden, dass Sie, den Staubsauger, gucken Sie mal auf Ihre Größe, wenn ich jetzt ein bisschen kleiner wäre, macht es natürlich Sinn, wenn das gute Stück kürzer ist. Das heißt, hier wurde genauestens mal wirklich mitgedacht von wirklich klein bis auf klassische deutsche Durchschnittsgröße, wie der Hersteller das beschreibt, ist hier an alles gedacht worden. Dann natürlich ganz klassisch, gucken Sie, saugstark. Da geht das Konfetti mal richtig weg. Und Sie sehen es, Konfetti verteilt sich normalerweise, das haben Sie, wenn Sie zum Beispiel einen Kindergeburtstag hatten, den fünften haben Sie am sechsten und siebten Geburtstag, meistens immer noch unter irgendwelchen Möbelstücken. Konfetti hier mit diesem Staubsauger nicht, denn gucken Sie mal, der saugt wirklich eins zu eins. Selbst das hartnäckige Konfetti im Langflur einfach ein bisschen drehen und hier sehen Sie, wie variabel dieser Staubsauger funktioniert, wie perfekt der zu führen ist. Das ist schon mal an der Stelle weg. So, bevor ich mich jetzt nur mit dem Konfetti beschäftige, gehe ich jetzt mal zur Stelle von Herrn Schell und sage Salz. Wow, guck dir das mal an. Wow. Man muss nicht mehrmals drüber gehen, das geht mit einem Zug und alles ist weg. Also da kann wirklich die Party kommen. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. So. Hammer. Rein theoretisch ist jetzt hier sozusagen ohne das mexikanische Getränk dazu das Salz schon mal aufgebraucht. So, das war das. Und jetzt machen wir mal eine kurze Saugpause. Denn, drehbarer Schlauch, haben Sie gesehen, 360 Grad dreht sich das gute Stück. Das heißt, hier habe ich niemals das Problem, dass der Staubsauger plötzlich vor meinem Fuß steht oder hinter meinem Fuß steht, sondern ich habe ihn immer da, wo ich ihn haben möchte. Das Saugrauch aus Metall. Das Ganze dann auch noch variabel und verlängerbar. Ich habe ein unendlich langes Kabel, fünf Meter. Und ganz ehrlich, 2200 Watt Staubsauger für 39,95 ist ein Preis, wo man zugreifen muss und wo man zugreifen sollte. Ja, und vor allem fünf, ja. Denn, überlegen wir mal, wie oft haben wir Männer zum Beispiel, ich sag mal so, in der ersten Etage des klassischen Wohnhauses gesagt, sauge ich gleich weg, bin aber zu faul oder habe irgendwas, was dazwischen kommt, um mal eben schnell nach unten zu laufen. Bei 39,95 können Sie ganz trocken, ich sag mal so, in der ersten Etage und im Erdgeschoss jeweils einen Staubsauger haben und ersparen sich oder Ihrer Reinigungskraft einfach das mühsame Schleppen. 39,95, Stadt, da sehen Sie den ursprünglichen Preis, also die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. 39,95 ist ein Preis für diesen Staubsauger. Der geht wirklich nur in diesem Moment, weil wir gerade das 25-jährige Jubiläum feiern und sagen, jetzt möchten wir Ihnen Preise garantieren, die Sie woanders nicht bekommen. 60 Prozent Preisnachlass für einen Staubsauger mit 2200 Watt. Sie sehen es, praktisch hinstellbar, Metallrohr, drehbar, Rollensystem, fünf Meter Kabel, 39,95, Koshi, da muss man zugreifen. Und jetzt werde ich mich mal dem Styropor zuwenden, das ist ja auch sehr hartnäckig. Und jetzt gucken Sie mal, wir haben hier unterschiedliche Leistungsstufen und ich gehe jetzt mal auf Maximum. So, und los geht es. Wow, also das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Gerade Styropor ist ja sehr, 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 sehr hartnäckig, ne? Also das ist nicht lustig, vor allen Dingen nicht in so einem langflorigen Teppich. Aber unser kleiner Ferrari hier, der nimmt das ohne Probleme einfach weg. Und jetzt kommt es, es heißt jetzt zwei in eins Staubsauger. Das heißt, ich kann den entweder mit Staubsaugerbeuteln benutzen, wenn Sie sagen, ja, ganz hygienisch einfach Staubsaugerbeutel wegschmeißen. Oder Sie sagen, ich will ihn lieber ohne verwenden. Wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen gleich auch noch, aber die Option besteht. Und ganz ehrlich, für 39,95 Euro ein Staubsauger mit 2.200 Watt zu bekommen, ist ein absoluter Knüllerpreis. Also schlagen Sie zu, NC 5677 und die 569. Gucken Sie mal, so schnell geht das. So leise ist der und so wendig ist der. Und das Ganze für 39,95 Euro, da sollten Sie zugreifen. Denn, gucken Sie mal, 39 und jetzt mal einfach nochmal eben schnell, so wie man das zwischendurch, zwischen Tür und Angel macht, wenn was runtergefallen ist. Einfach mit schnellen Handbewegungen, ganz einfach den Staubsauger bewegt, geführt. Der geht bis an die Ecke ran. Ich kann sogar rein theoretisch schnell an der Ecke vorbei. Gucken Sie, so einfach ist durch dieses Rollensystem, um Dinge rumzusaugen. Und da kann ich nur eine Sache sagen, unter 40 Euro für einen Staubsauger, der so leistungsstark ist, mit so einem tollen langen Kabel und so toller Rollenführung, den werden Sie nirgendwo sonst bekommen. So, zack, aus. So, jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, dass die Möglichkeit auch besteht, das Ganze ohne Staubsaugerbeutel zu benutzen, also beutellos. Und da brauchen Sie natürlich einen dauernden oder einen Permanentfilter und den haben wir hier. Der sammelt hier den ganzen Dreck, den Sie aufgesaugt haben. In diesem Fall wäre es Konfetti, Salz und Styropor. Und dann können Sie den über der Mülltonne einfach nur hier entleeren. Ja, und das ist natürlich toll für alle, die sagen, nö, Geld für Staubsaugerbeutel will ich nicht ausgeben. Ich will die Umwelt vor allen Dingen schonen, weil es ist ja auch eine umweltfreundliche Geschichte. Dann sollten Sie hier zugreifen. Und den passend noch zu unserem kleinen roten Staubsauger mit der NC 5680 und der 569 und das für unter 17 Euro. Überlegen Sie mal, was sonst Staubsaugerbeutel kosten, die man immer wieder wegwirft, ne? Eben. Und wenn ich nochmal auf diesen Staubsauger, den Sie ja dafür brauchen, hinweisen dürfte und Ihnen gleich nochmal eben was zeigen möchte. Ein guter Staubsauger, das hat mir schon meine Großmutter erzählt, erkennt man eigentlich an folgender Geschichte. Nämlich, wenn Sie mit dem Arbeiten fertig sind, dann kommt das eigentlich wichtigste Merkmal. Denn, wenn alle Teile in diesem Staubsauger hochwertig sind, dann ist auch dieses Teil, was ich Ihnen gleich zeige, hochwertig. Und vergleichen Sie das mal mit Ihrem Staubsauger zu Hause, da kann ich Ihnen sagen, das wird wahrscheinlich nicht so passieren. Da ist ja dieser klassische Knopf drauf, wo sich das Kabel aufzieht. Und wenn Sie jetzt das Kabel hier auf dem Fußboden sehen, das haben wir jetzt mal halblang ausgefahren. Jetzt passen Sie auf. Und da sehen Sie, dass sogar das Rollensystem so perfekt ist, dass 3995 für diesen kleinen Freund einfach wirklich ein tolles, tolles Angebot ist, wo Sie sagen, den bestelle ich mir. Und am besten bestelle ich gleich zwei, denn dann habe ich einen im ersten Stock und einen im Erdgeschoss. Da werden Sie auf der sicheren Seite sein. Und wenn Sie den haben, dann haben wir natürlich auch noch die passenden Accessoires für Sie, mit denen Sie diesen tollen Staubsauger einfach zu einer wirklichen Rundum-Reinigungsmaschine machen können. Und das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist nämlich ein klassischer Tierhaarentferner-Bürstenaufsatz. Den packt man hier vorne, egal welchen Staubsauger Sie haben, vorne drauf. Und dann werden hier die Tierhaare, aber nicht nur die Tierhaare, sondern jetzt zum Beispiel auch, wenn ich da an meine Haare denke, die liegen auch überall rum, werden da hier ganz klassisch aufgefangen. Weil eine normale Bürste bekommt man ja den Staubsauger nicht weg. Und hier, beziehungsweise die Haare bekommt man nicht weg, nicht den Staubsauger, die Haare. Und hier bekomme ich alles richtig gut weg. Das sammelt die Haare und dann kann man sie einfach entleeren. Genau. Ganz einfach aufsetzen, gucken Sie, und schon geht's los. Eben hier sehen Sie diese kleinen grünen Häkchen, die sammeln wirklich alles auf. Und innen drin, gucken Sie mal, sehen Sie so ein klassisches Bürstchensystem mit wirklich variablen kleinen Kunststoffbürsten. Und damit kriegen Sie wirklich alles weg. Also mein Hund, Gott habe ihn selig, war ziemlich groß und hatte ziemlich weiße, lange Haare. Sahen ein bisschen aus wie Fuchur aus der unendlichen Geschichte. Und die Haare habe ich meistens an Stellen gefunden, wo ich gedacht habe, ach, heidiges Theater, da habe ich doch gestern erst mit der Fusselbürste gearbeitet. Ich habe dann genau so einen Aufsatz mir mal kommen lassen. Und ich kann Ihnen eine Sache sagen, das hat funktioniert. Selbst in langflorigem Teppich, wo sich dann zum Beispiel die Haare hier im unteren Bereich sammeln, einfach mit dieser grünen Bürste drüberziehen. Und Sie sehen, wunderbar, selbst so schon ohne Saugwirkung, ohne dass sich die Drehbürste bewegt, sehen Sie, dass sich der Teppich regelrecht aufrichtet. Und da kriege ich wirklich alles mit raus. Einfach ein tolles Produkt für 9,41 Euro sollte jeder Tierbesitzer, egal ob Hund oder Katze, sollte zugreifen. Denn Hundehaare, selbst wenn Sie jetzt Tierbesitzer sind, und man sagt ja, man erkennt einen Hundebesitzer meistens daran, dass er mindestens irgendwo drei, vier Haare an den Klamotten hat, ist vielleicht für Sie nicht störend, aber für Ihren Besuch störend, für Ihre Schwiegermutter störend, für die Nachbarn störend. Deswegen machen Sie einfach irgendwie eine kleine Investition von 9,41 Euro und nochmal, das passt so wirklich auf jeden Staubsauger drauf. Und da sollten Sie zugreifen, denn 9,41 Euro für diesen wirklich kleinen Wunderknaben ist nicht zu viel verlangt, sondern ein absoluter Toppreis. Statt 24,90 Euro 9,41 Euro mit der NC 5703569 sollten Sie zugreifen. Ja, funktioniert wie gesagt auch wunderbar für Leute mit langen Haaren, ich weiß wovon ich spreche. Und dann haben wir noch einen Anti-Milben-Staubsauger-Aufsatz und der ist richtig toll. Vielleicht sind Sie Allergiker, ne? Also Milben gibt es ja, die sind überall, auf der Matratze, auf dem Sofa, Couch, die sieht man nur nicht, so mikroskopisch klein sind die. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, Milben, wir alle kennen das, wenn man dagegen allergisch ist, das macht drehende Augen, es kratzt, es juckt, das ist unschön. Dieser Staubsauger-Aufsatz hat eine UV-Lampe und tötet damit alle Milben einfach ab. Und auch hier sehen Sie, ganz simpel und einfach, aufsetzen und trotzdem genauso wie vorher, immer noch variabel, immer noch bis in die Teppichkantenecke, bis überall kommen Sie. Und meine Kollegin hat es gerade ganz treffend gesagt, erstens passt es natürlich, Sie sehen es farblich perfekt, zu eben diesem super Sonderangebot von 39,95, was wir für Sie haben. Sollten Sie also gleich dazu bestellen, sind Sie immer noch weit, weit, weit unter dem Preis, was Sie sonst für so einen leistungsstarken Staubsauger mit so einem Aufsatz bezahlen würden. Aber, worauf ich eigentlich hinaus will, Milben zum Beispiel im Teppich oder in der Couch, Hautkrankheiten, Allergien, Asthma, all das kann dadurch ausgelöst werden. Und egal wie, wenn Sie sich jetzt wirklich mal die Mühe machen und zum Beispiel nur mal bei Google eingeben, Milbe und sich das Bild ansehen, dann würden Sie garantiert davon schon zwei bestellen. Denn das sieht wirklich aus wie Jurassic Park 1 bis 2 und das Ganze aber in der Horrorvariante, denn so eine Milbe ist wirklich nicht gut anzusehen. Und wenn Sie sich überlegen, die haben Sie dann überall, die haben Sie auf der Haut, die haben Sie in den Haaren, die haben Sie auf den Lippen, die haben Sie überall. Da sollten Sie wirklich sagen, 21,90 für komplette Reinheit zu Hause, für Sauberkeit bis in die hinterste Ecke. Das heißt, die wirklich hässlichen, lästigen Freunde, die Krankheiten übertragen, die verschwinden, also ganz ohne Chemie. Das ist doch mal ein entspannendes Gefühl. Kein Spray, keine Chemie, die Sie wirklich irgendwie wieder belastet. Also 21,90 für diesen Milbentöter und Bakterientöter mit UV-Licht ist einfach mal ein Preis. Wow, muss man zugreifen. Tja, diese Sprays, die es gibt, die sind ja wirklich alle mit hochgiftigen Sachen. Und stell dir mal vor, man sprüht das auf die Matratze auf. Das ist ja auch nicht gerade toll, wenn ich weiß, ich muss darauf schlafen. Also das macht alles steril, egal ob jetzt Keime, Sporen oder Bakterien, alles wird dank der UV-C-Lambe abgetötet. Und die kann man ja überall anwenden, diese Bürste. Nicht nur natürlich Teppich, auch im Teppich sind ganz viele Milben, aber natürlich auch klassisch die Bettmatratze, Couch, Sofa. Eigentlich alles, wo man natürlich auch drauf geht. Man schleppt ja auch die Bakterien von draußen mit rein. Eigentlich hiermit machen sie alles steril und das ohne Chemie. Eben, egal ob jetzt wirklich Pilzsporen, Hautschuppen, Bakterien, Milben, Pollen, das alles verschwindet mit diesem Aufsatz. Und das Ganze steril durch UV-C-Licht. Das heißt, hier werden Keime und Sporen einfach abgetötet. Auch Gerüche verschwinden dadurch. Dann haben wir natürlich die Vibrationsrollen. Das habe ich Ihnen vorgeführt. Das ist mit so einer Spezialstruktur. Damit rollt das gute Stück einfach wirklich perfekt. Und trotzdem kommen sie, Sie haben es eben gesehen, variabel, was ja unseren Staubsauger hier auszeichnet, einfach in die hinterste Ecke. Also machen wir mal ein Rechenbeispiel. Wir haben einen wirklich leistungsstarken 2200 Watt Staubsauger für 39,95. Dann haben wir den passenden Aufsatz, wenn Sie Tierbesitzer sind, unter 10 Euro. Dann haben wir noch den Milben und Sporen und Bakterien und Pollen Aufsatz für 21,90. Das macht einfach Sinn, wenn Sie jetzt anrufen, 0180 51 51, dreimal die 2 und sagen, ich hätte gern den Staubsauger mit dem Aufsatz, denn ich habe Tiere oder ohne Tieraufsatz. Also, das ist ein Angebot. Sollten Sie zugreifen, das Callcenter weiß Bescheid. Rufen Sie einfach an. NC 56 52 in die 569. Ich finde es übrigens auch ganz toll, diesen Austauschspan Staubsaugerbeutel, beziehungsweise der macht Ihren Staubsaugerbeutel los. Da müssen Sie nicht mehr die Staubsaugerbeutel teuer nachkaufen. Sehr umweltfreundlich. Schlagen Sie zu. Also.